Sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen, Astrid Janssen. Was könnt ihr für eure Gesundheit tun? Neugierig bleiben, euch mit Themen auseinandersetzen, sich selber reinzuhorchen, einen gesunden Wechsel zu haben. Extreme sind nie gut, das heißt auch nicht immer im gleichen Ernährungsrhythmus bleiben. Nicht jedes Mal Burger essen oder Pizza oder viele Gluten und Laktose, sollte man wirklich mal hinterfragen. Der Sportjob ist wichtig, um wichtige Gesundheitsthemen in den Fokus zu stellen. Ich glaube, dass das Thema Gesundheit in der digitalen Arbeitswelt insofern wichtig ist, weil sich Arbeit massiv verändert. Ich glaube, dass wenn wir uns mit dieser Entwicklung der Digitalisierung nicht auseinandersetzen, dass wir es möglicherweise verpassen, Unternehmen und auch einzelne Mitarbeiter für die Zukunft, ja, um im Sportjargon zu bleiben, fit zu machen. Die Hochschulen und auch die Arbeitgeber können sehr, sehr viel für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun. Nur wenn wir entsprechende Kompetenzen aufbauen, dann der einzelne Mitarbeiter, die einzelnen Mitarbeiter fit für die digitale Zukunft sein wird. Gerade die Studierenden der Hochschule als Unternehmer von morgen sollen durch diese Veranstaltung ein wesentliches Bewusstsein für das Thema schaffen.